10 x 85 jetzt. Erster Pack bei ihm. Guten Amosantos. Ich schau mal, wie gut das ist. Ihr könnt es auch aufheben, Chat. Also, man kann überlegen, ich zwinge keinen jetzt zu öffnen, Amosantos. Habe ich nicht jetzt gezwungen, das zu öffnen? Ja, jetzt kommt nämlich Müll. Also, ich will keinen zwingen, das zu öffnen. Jeder kann zum Team of the Year oder zu einem anderen Event das öffnen, aber dann lad mich bitte nicht ein. Bitte nur einladen, wenn ihr das heute öffnet. Ja, leider hat er ein bisschen Pech gehabt hier jetzt aus dem Pack. Oh mein Gott! Warte, was ist das denn, Alter? Maignon, TC, das ist doch der Neue. Und Alex Moreno, sind das alles die Neuen? Gut luck dann, in deinem 85er Mann. Also, wer Ibra zieht, hat er den Jackpot geholt. Oh mein Gott, Info. Aber die werden halt immer als erstes angezeigt, glaube ich, ne? Oder bin ich blöd? Irgendwie werden die Waldkarten nie als erstes angezeigt. Das Ibra ist dahinter. Ich meine, ein bisschen Futter ist schon nicht schlecht, aber der Rest ist halt... Da ist kein geiler Karte dabei. Der Kölner, Junge, den kenn ich auch noch von früher. Der Kölner. Ja, 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 Bruder. Ja, ja, ja. Come on, gön jetzt meine Wildcard. Das sind... Messi, Kappa, Nautaro. Fängt gut an, ja. Oh, what the... Oh, Santrini, jawoll. Ist okay. Alter, warte, ist nicht mal schlecht. Die Lane, Florenzi, Taremi, Alex Santrini. Ey, ist voll gut, das Perk, das ist. Das ist Big Win. Der nächste Kollege. Der Kölner Junge, yes. Der Kölner, der echte Kölner Junge. Go, bitte, Junge. Okay, das wird halt eben auch dasselbe. Auch Aschermi, aber bei ihm war ja auch vier Stück dahinter. Ja. Oh mein Gott. Boah, das ist doch, 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 das ist stark eigentlich. Ne, ich glaube, das ist nicht so geil eigentlich für so einen Pick. Auf der Wildcard jetzt Ibra. Aber ich würde gerne heute mal ein Ibra sehen. Komm so. Alter. Kante, aber... Ist jetzt nicht mehr der teuerste, aber er ist immer noch nice eigentlich. Oh, wow. Okay. Das ist ein gutes Pack. Mein Norm, Collins, Collins und Kante, Digga. Good luck, man. Good luck. Ja, es kommt immer in Form halt, ne. Es kommt immer dieser Aschermi, kommt zum dritten Mal jetzt schon. Aber bei einem war keine Waldcard dahinter, bei einem waren drei, vier. Oh, man. Oh ja, gut ist Butter. Butter ist gut, Moreno ist nicht so viel wert. Ja, auch eher ein Alpac. Okay, viel Glück, Bruder. Ich rate, jetzt kommt wieder so ein in Form, weil die Wildcards werden irgendwie nie als erstes angezeigt, was traurig ist. Ja, ja. Ist voll komisch, Digga. Das muss ich mal ändern, Jungs. Oh, je, 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 je. Aber dahinter, jetzt kann alles, glaube ich, sein. Oh, Morales. Ja, na, geht. Morales ist doch. Der E-Frei-Jungen mit seinen Stats. Ist schon cracked aus. Das muss nichts heißen. Aber vielleicht ist das der Panthea wieder. Oh, nice. Hast du... Ja, ich habe ja den Flashback. Ich hab ja jetzt eine Flashback. Ah, ja, das ist ein bisschen besser als die Flashback. Aber was dann auch heißt. Ah, noch Moreno ist nicht so geil. Ja, keine Tee wenigstens. der erste was euch der erste angezeigt ist ist eh nicht eine wildcard hoffen da vielleicht auf den direkten ronaldo oder sowas und dann daher nach irgendwelche geile wildcards geht das normal und groß ist nichts geiles aber vielleicht dahinter so rennt sie es kommt aber immer in form zuerst deswegen jetzt ist die frau was dahinter ist für mich ist gut da geht noch besser war als antrin die gutes futter ist eine stunde draußen aber der team ist immer noch extinct wird zweit mal im papier aber jetzt standard jetzt kann alles noch dahinter sein das ist absolut standard oh mein gott ok das ist ein big elpec jetzt wollen wir nicht diskutieren gold karte ich fliege ich fliege so hoch ok ja das war's komplett und nun mal als der triniter herr jungen ja moin 100 jahre ach du scheiße digger woher pack man hoffentlich tut die moon jungs ich drück die daumen danke danke das wäre doch mal geil das ist ja wie immer wieder als serbi ist halt immer der standardspieler als erstes kommt wichtig ist halt was dahinter ist das ist das wichtige uh tece ja ok das sind die billige aber wenigstens zwei nicht so schlecht nämlich tece sieht jetzt nicht so schlecht aus florenzi ist vielleicht für dieses ich brauche eigentlich nur futter ich brauche eigentlich nur futter ich brauche eigentlich nur futter ja dann wünsche dir einen oblack ich habe ich habe oh man was jetzt ziehst du im formuland ok warte mal aber das kann gut sein das kann heißen dass viele schwächere kann dahinter sind ja das kann nicht oder heißt das nicht dass du vielleicht viele whitecarts dahinter hast glaub ich schon keine ahnung digger ist auch scheißegal oh ich hatte recht gehabt ich habe recht gehabt ich habe recht gehabt vier stück der Collins Guendouzi Taremi das geht fit das geht so echt fit Nummer 80 ja ja hoffentlich hat es gelohnt jetzt das Pack wollen wir mal good luck man good luck good luck good luck ich kriege auch links ah Chrony Cross muss nichts schlechtes heißen wichtiges was dahinter ist jetzt kommt er oh ein cool du sie ist halt da drunter let's go wir wollen am besten eigentlich ohne scheiß wir wollen nicht mal so drei flammen sehen am besten weil ok jetzt sehen wir trotzdem Harry Kane wir wollen aber die whitecarts dahinter sehen ich glaube je schlechter die flammen sind also je schlechter das hier angezeigt wird so besser sind die whitecarts dahinter scheiße digger das ist nix komm digger da kommt jetzt einfach am besten einfach kein walkout dann bin ich schon zufrieden das ist nix das ist nix nix aber aber bis es bei den meisten gut wenn der kam dann kann man dahinter immer 234 whitecarts bringt immer glück eigentlich da ich hab hier vorne oh mein gott sehr gut das pack der stark sind die super drück dir die daumen bruder je schlechter das rating jetzt kommt desto besser sind die karten dahinter so musst du denken okay aber das kann ja noch alles dahinter sein oh mein gott ja okay aber ist nicht die krassesten aber ist nicht so schlecht ich hab noch nichts gefühlt ich hab noch nichts gefühlt ich hab nichts digger bitte ja komm dann gönn den Ibra direkt hier rein Jalla ja Ibra hier rein ok ok Vodraros halt ja das muss nichts heißen was wichtig ist aber ich hab noch nichts gefühlt kommt schon digger irgendwas oh mein gott das war es komplett shit noch in packs gefühlt und man sucht die in Form ist es ja wieder Acerbi 100 mal heute schon gesehen aber meistens bringt Acerbi Glück chat wenn Acerbi vorne kommt kommen mindestens 2-3 wildcarts dahinter ja zumindest oh Terny ist immer nicht schlecht Jani ist ja nicht wissen was wert weil Ranier tauschbar ist auch big win aber es ist kein A ist nicht tauschbar jetzt an Lucky ok ok viel Glück vielleicht hat Schluss ja ich danke dir Kesee oh oh 6 Flammen na das ist nicht gut ah ah muss nichts heißen muss nichts heißen na gut oh ja immerhin ja gerade mal im form walkout oh erst mal ich weiß nicht ob es ein gutes Zeichen ist Gerard Moreno noch mal dahinter Ibra vielleicht oh da hast du ein gutes Pack ich weiß Sandrini Magnon Collins alle drei Spielbar entschädigen doch für die das komische Pack da oh aber ist ein gutes Zeichen vielleicht ist kein walkout drin gewesen also kein 3 Flammen äh 6 Flammen Kai ist meistens dahinter sind vielleicht 2-3-4 wildcarts ja schlechter ja egal das ist nicht gut das ist nicht gut Chat nur eine und ja auch Stall ok ein bisschen drin ok wie glückmann viel glück viel glück ok wie immer eine Moreno ich weiß nicht ob das gut ist aber guck mal dahinter ey soll mal einmal ein Ibra geben jetzt oder Martialo oder so haben wir auch noch nicht gesehen hm die Längen der neue sieht nicht so schlecht aus aber ich weiß nicht wie kosten der 80 70 60 dann will ich aber mindestens jetzt hier Martialo oder sowas sehen ey oder ein Ibra halt aber äh und gucken hm Pony Pony nix besonderes nur Futter die brauchen wir ja dahinter jetzt können doch mal den dicken Hasen äh Mignon Mutz so so ah einfach nur spielbar oh Salah schmeckt der ist sogar so ein bisschen was wert ne dahinter vielleicht noch dahinter vielleicht noch uh was gut oder bei Wildcats nicht die besten und Salah gut good luck man na danke irgendwas weil du ziehst jetzt den Ibra und dann gibst du mir einfach dein Account zum testen Achel awkward naja sind halt leider die billigen Wildcats Alter der ist reingegangen ja moin ich würde eigentlich das lustig ich glaube egal scheiße weil bitte Mbappé ja Mbappé der Belgische der Belgische La Cacca der wolltest du haben ja wollte ich schon immer haben niger egal jetzt ist eh irgendwo dahinter hier schau da ist er uh aber Coles und Asbi alter ey das ist ja auch neu ich hab einfach 4-6-6-6-6 geschwitzt um nicht mal einen Walkout zu kriegen ne aber dafür gönnt jetzt das Berg Ibra kommt jetzt weil du so geschwemmt hast von denen ich bin jetzt schon gebrochen ne der kommt jetzt Bruder Trust du brauchst jetzt hier nur ein Ascherbi erstmal vorne Trust me Ascherbi wär gut Ascotradus ich meistens kein gut zu zeichen also ich würde dem Gwenduzzi Delane passen alle rein Gwenduzzi Gucken Uhhh 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 Uhhhh Uhhhh Uhhh Uhhh Ja es schmeckt digga Uhhh Ja ich hab jetzt bei Arli Wann den guten Arli men Ibra Uhhh Uhhh Ibra Kadabra Junge Uhhh Uhhhh Uhhh Uhhh Weiß nur was ein gut zeichen ist wenn sie's schon sehen Neber P oder so Uhhh Uhhh Wiß Uhhh Magnon Ja doch, dann feier ich, der ist gut Magnon, auch Panikano Einmal Einmal, Bro Messi Oh mein Gott, er zieht Messi Es ist nicht schlecht Messi ist schon sehr, sehr geil Und jetzt kann ja noch alles dahinter sein Messi ist schon sehr, sehr nice Alter, ich möchte ihn immer an Trade ziehen Oh, Alexandrini Das ist tauschbar Ja, das ist Big Win Das ist Big Win, das ist richtig gut Digga, der D-Line ist auch gut Und auch so ein bisschen was wird, Alexandrini ist gut Und der auch Okay Oh, letztes lang jetzt Sommer, weil, muss ich es heißen Sommer Dahinter Major Naja Ui Ui, aber warte, das muss nichts Schlechtes heißen Das meistens dann immer zwei, drei, vier Weitkartzeichen Da wir keine sechs Flammen waren Boah Das ist schlecht Oh, Weihnachtsgeschenk Oh, wenn sie mal Oder? Oder? Ja Bei uns immer Aber vielleicht was dahinter Komm Geflügt Hazard Sterling Hazard Masi Na Nein Ne, das ist nix Das Dekadess Ich würde ihm sagen, was ich wollte, der ist niemals 2,9 Millionen werden Das ist auch nicht Niemals Niemals Komm Mach du Scheiße Wann Aber, ja, vielleicht was dahinter Mal sehen Mal sehen Mal sehen Mal schauen Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Einfach ein Gold Goldspieler Pack Da kommt jetzt die große Belohnung Jala Maler Kala Abfahrt Abfahrt Junge Digga Oh, Abfahrt Aber Maybe dahinter Maybe ein Ebro dahinter Maybe ein Sterling Ui Aspi Ich öffne jetzt Good luck Bruder Good luck Komm Danke Wir machen noch 7-8 Stück davon auf, glaube ich Das reicht Oh bad, you take that Shit Und jetzt dahinter am besten noch diese andere RM Von Lukas Murat Kante Ey, das ist Okay Ist ganz stabil eigentlich TC ist coole Karte Ist nicht viel wert 30k Danke, ne Boah Schoffe Digga Nein Nein Den haben wir schon Ach den haben wir schon? Scheiße Untraden Aber vielleicht was dahinter Kann immer was dahinter sein Nein Zwei SBC Futter Na schon Joa Oh Neymar Oh Neymar Na fuck Oh Neymar Oh Neymar Vielleicht Ibra dahinter Das ist krass, dass wir nicht ein Ibra gesehen haben Oder Chat? Und das ist irgendwie krass Oh 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 Ronaldo Oh mein Oh In Form die Dinger als Verteidiger gefühlt aber ja das geht das geht voll Ibra mit Ansage Kassimiro Ibra mit Ansage Ibra mit Ansage Ibra oh mein Gott du hast richtig reingeschissen ey da ist Ibra ja in Form na Sommer ja aber warte dahinter ist wichtig Bruder ja ja kann ja auch alles ja kann jetzt Ronaldo Messi und Ibra in einpack noch hinten drin sein ja Ibra moin moin wie gehts Ibra endlich auch mal Ibra getrun ja ich auch nicht so Junchi ja Rada ja komm EA oh aber 4 von 1 das wollte ich nicht machen ok Harry Kane oh Harry Kane brauchen wir halt nur den Kollegen ja Erling Freunde oh Aspi it's ok sehr viel Glück danke danke Neymar Neymar ah ich sag dir ehrlich ist ok ja ist ok ist ok ist eh oh oh moin oh moin Meister der Kedo Cheeky Kedo Navas ah Scheiße und die Nani SPC oh wie der Dance aber das ist gutes Zeichen wenn der nicht so hohes ist naja Maingau und Taremi me Io Leip Pause oh JB ело mit 3 Untertitelung des ZDF für funk, 2017